Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Isaac Rebirth. Wir starten erneut und das geht schon. Das geht als Gegner. Ich habe sogar mal ein bisschen privat gespielt. Ja, eine Runde. Eine Runde privat gespielt. Und da bin ich eigentlich auch ganz gut vorangekommen und nur dann wieder bei so einer richtig blöden Stelle hängen geblieben. Also wie man das von mir kennt. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Aber... Es war Blödheit, ne? Blöde Stelle hängen geblieben. Blöd, ja, das macht auch Sinn. Nee, also ich habe auch nebenbei mit so einem Itemguide, sag ich mal... Nee, Itemguide, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Halt da, wo man sehen kann, was die Items so sind, was sie bewirken. Äh, gearbeitet und dagegen ging das ganz gut. Dadurch habe ich auch wieder ein paar Items kennengelernt. Mühe ich bloß noch in meinem Kopf bleiben. So, ich is... Okay. Oh, 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 fuck. Nein. Ähm, nein. Verdammt. Ich mach einfach die Seite. Die ist schöner. Auch wenn ich auch noch treffen würde. So, okay, gut. Das geht schon mal. Dann müssen wir jetzt am besten... ...die halt treffen. Ach, man, ich mach das immer zu früh, hab ich das Gefühl. Mann. Jetzt hab ich getroffen. Jetzt nochmal. Also, das sind so... Also, wirklich. Das sind und bleiben einfach meine Hassgegner. Egal in welchem Teil. Es ist einfach so. So, mir wurde gesagt, ich soll öfters mal die Pillen benutzen. Hier in Rebirth soll es ganz geile Pillen geben. Pheromone. Okay. Ich weiß nicht, was es bezweckt. Oh Gott, was ist das denn? Poison Demp. Uh, 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 ja, das nehm ich. Das hat mir schon, äh, im normalen Isaac mit diesen... Ich weiß nicht, war das so ein komisches Zyklopen-Auge-mäßig? Irgendwie sowas in der Art. Das hat mir ja auch schon... Ähm... Poison Damage gegeben. Bäh. Oh Gott, ich wär beinah reingelatscht. Poison Damage ist geil. Definitiv. Wow, wow, damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. Erstmal die ganzen Kackehäuschen wegmachen. La 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 la. Was ist das da? Matchbox. Evil Up. Achso, weil ich so ein Herzchen hab. Die schwarzen Herzchen gibt's auch nur in dem Teil, ne? Schwarzen Herzchen... Den Weißen bin ich... Bin ich noch nicht begegnet. Ich weiß gar nicht, ob's die Weißen hier auch gibt. Die gab's ja im ersten Teil. Schuh. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg mit euch. So, du auch? Noch die Feuerchen ausmachen. Im Jahr ist nichts zu übersehen, was es so gibt. Was waren das für Pheromone? Sind die jetzt noch aggressiver mir gegenüber oder... Weil in Ruhe lassen tun die mich definitiv nicht. Okay, das sieht aus wie so eine komische Wahrsagerkugel. Könnte natürlich eine Möglichkeit sein, dass ich alle Räume sehe, oder? I see my future. Okay. Oh, das lächelnde Kackhäufchen. Oh, das ist so süß. Es ist so putzig. Oh nein, oh nein. Ich sollte mir mal abgewöhnen, dass ich direkt zu dem Item laufe, während es noch am Fallen ist. Weil ich das jedes Mal dann erwische, wenn... Wenn das noch nicht auf dem Boden gelandet ist. So, jetzt ist noch das da. Okay. Ich habe ein Streichhölzchen bekommen. Eine Sache, die ist mir noch in den Sinn gerade gekommen. Ähm... Ich frage mich... ...die ganze Zeit eigentlich schon... ...ob ich in dem Teil extrem... Ja, gut ausweichen würde ich nicht sagen. Aber es verdammt knapp immer ist, oder? Es ist echt verdammt knapp. Ich bin bestimmt an der Steuerung. Mit der geht das halt ein bisschen besser. Achso, okay. Wow. Nein, lass das. Oh, verdammt. Vielleicht hätte ich das so gedrückt gerade. Jetzt hätte ich nochmal eine Bombe gelegt. Ach, ein Monstruo ist eigentlich schon cool. Guck mal, wie er sich eigentlich freut beim Rumhüpfen. So süß. Die meisten Monster sind echt niedlich. Sehr viele verstörend, nervig oder sonstiges. Schon wieder die verkehrte Taste gedrückt. Sollte ich mir das mal angewöhnen. Na, hat noch gereicht. Hätte ich gar nicht erwartet. Gut. Damage and Range Up. Ach ja, ich weiß mittlerweile, dass für... 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 Maggie, Margaret... Keine Ahnung, wie sie heißt. Dass man da sieben von den normalen Herz... Containern braucht, glaube ich. Weil ich hatte ja schon von den anderen und da war ja nichts. Ich weiß nicht, ist das gut oder nicht? Ach, verdammt. Ich möchte nicht wieder so ein... Okay, ich teste es einfach mal. He accepts your offering. Hat... Okay. Hat mein Opfer akzeptiert? Achso. Die... Bei denen es sicherlich sehr viel Spaß gemacht hat, diese zu... Synchronisieren, würde ich nicht sagen, aber mit Geräuschen zu versetzen. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. So. Okay, bis jetzt geht es ja noch. Also, Montan ist ja wirklich... Oh, warte mal. Das weiß ich noch. Ähm... Das sorgt dafür, dass, äh... Die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass irgendwelche Herzen droppen, wenn man einen Raum... sauber macht und so. Das hatte ich, glaube ich, als ich nämlich mal... kurz privat gespielt hab. Es war wirklich kurz. Es war nur eine Runde. Das ist aber ein schöner Kombi, muss ich ja mal sagen. Das ist aber ein schöner Kombi, muss ich ja mal sagen. Ach, da ist noch einer. Ich würde grad sagen... Oh, das war jetzt eben auch knapp. Knapp, 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 knapp. Hm. Nee, das gefällt mir nicht. Das erinnert mich an ein Item, wo ich nicht weiß, ob es genau das, ähm... auch bewirkt. So, ich werde jetzt einfach mal testen. Ich weiß noch nicht. Das stimmt. Okay, nee. Okay. Ich hab ja gesagt, ich würde jetzt einfach mal tischen. So, der ist dann schon mal erledigt. Bei denen ist wenigstens das Gute, ähm... dass die, äh... nicht so irgendwie großartig angreifen. Was ist das denn für eine Batterie? Ich weiß nicht, wofür die Batterien sind. Vielleicht zum Aufladen dieses Teils. Warte mal, ich versuch's mal. Ach, ich krieg alles Mögliche. Warum kann ich das auch nicht annehmen? Ach so, jetzt noch einmal... Ja. Und wie dein Herzchen? Äh... Oh, 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 da. Unten? Was ist denn ein Fragezeichen? Zum ersten Mal bin ich in einem... der... geheimen Räume. Ist das durch das Item, oder durch was ist das? Dass ich sehe, wo das ist? Da oben ist es noch. Im Raum. Und anscheinend... Was ist das denn? Das kann ich auch einfach nicht kaputt machen. Okay. Das sind wohl... Also, ich hatte noch nie... Also, das... Das gibt's anscheinend... Also, kenne ich zumindest nicht aus dem... Aus dem... Ich sag mal, er ist ein Teil, ne? Ähm... Dieses Komische, dass die Tür zu ist. Und... Ja, ihr wisst schon. Diesen Symbol auf der Karte, das kommt mir alles nicht bekannt vor. Wenn ich jetzt frage, ob der irgendwas macht, dann macht er doch bestimmt irgendwas, ne? Weil sonst war jetzt noch nicht schwer. Gut, ich bin erst in der zweiten Etage, sag ich mal. Achso, achso, ja, okay. Ich nehm's zurück. Ah, ich aber auch immer den Drang habe, dort reinzulatschen, oder? Ich hoffe... Wie klein sind denn das Letzte? Ja, okay. Wäre ja noch fieser gewesen, wenn dann noch was gekommen wäre. Irgendwas kleineres als Tränen. Also, jetzt nur noch du. Mit diesen zwei kleinen Süßen. Und... Jetzt... Ich kann nicht treffen, das habe ich aber schon öfters gemerkt. Gut, dann haben wir das. Können... Dann zurück. Oh nein, jetzt habe ich es doch so... Das wieder... Ich möchte... Dieses Taste like Burning lieber haben. Ich weiß nicht, was es bewirkt. Absolut keine Ahnung. Aber... Ja. Da ich sowieso gerade keine leeren Herzen habe, oder sonstiges, bräuchte ich das auch nicht. Wenn... Also, wenn ich mich recht erinnere, sagen wir es so, ne? Au! Du. Monsterchen. Du. Nein, au! Ah, ich vergesse das aber auch immer. Ich kann doch nicht so schnell reagieren. Ah, fuck! Das einzig Gute, dass ich so ein schwarzes Herzchen habe. Das macht denen ja Schaden dann. Jetzt. Gleiches erledigt. Ach, Gott sei Dank. Irgendwas noch freigeschaltet. Ich möchte eigentlich nicht nur mit einem Herz rumlaufen. Sonst hätte ich den kleinen Jungen noch mitgenommen. Also, Junge, Alter. Ach, was macht eigentlich die Karte? Hätte ich mir denken können. Verdammt. Verdammt. Jetzt habe ich natürlich den Raum nicht mehr. Verdammt. Oh, doch, habe ich noch. Ach, Gott sei Dank. Weil ich nicht normal rausgelaufen bin, ne? Ah. Jetzt bin ich in der Pubertät. Toll. Und Amnesie. Oh, nein! Oh, fuck. Ja, richtig coole Pillen. Oh, war nur für den Raum. Okay, gut, da bin ich aber... sehr... mehr als beruhigt. Ein bisschen schneller. Okay, okay, okay. So. Ah, ich gehe hier lang. Ah, was ist das doch? Lass das! Ich sagte, lass das! Nein! Ich hätte hier weggehen sollen. Oh, ho, ho. Ich weiß, ich bin aber manchmal doof. Manchmal eigentlich ziemlich oft. Ach, fröhliche Kackenhüppchen. Wow, 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 wow. Da war er wieder schief gelaufen. Ah! Wart nur noch auf, dass ein fröhliches Kackenhüppchen mich trifft. Okay, ich habe gerade vollste Konzentration, ne? Damit ihr euch nicht wundert, warum ich gerade ein bisschen stiller bin. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich werde damit nicht großartig weiterkommen. Außer, ich finde mal zufälligerweise Herzen. Das sind so Momente, wo man bereut, dass man das eine Item nicht mitgenommen hat. Aber naja, so ist das. Das ist ein sehr schöner Raum. Zwei, die gefangen sind. Und nur einer, der hinter mir herläuft. Sehr nett. Sehr nett und zuvorkommend konstruiert. Oh. Nein, verkehrte Richtung. Alles verkehrte Richtung. Guck mal, mach den hier. Mach den hier. Da mache ich ihn. Ah! Oh, ich bin nicht erschreckt. So. Den da weg. Und. Jetzt kommt ihn weg. Puh. Puh, puh, puh. Aua. Ja, das, das, das. Ja, ich weiß. Ich konnte. Ah. Ich war eben gerade so froh, dass ich so viel an Herzen bekommen habe. Und dann mache ich alles wieder hinüber. verdammt. Ah, verdammt. Oh Gott. Ich soll hier einfach fucking ernst. Okay, der eine ist schon mal. Okay. Okay. Oh Gott. Ich werde mal in die Spinne rein. Puh. Okay. Ich glaube, schlimmer kann es eh nicht werden, ne? Was? Ich habe gefurzt. Ich habe sie angefurzt. Ist aber schön. Oh nein. Ich will das Andrei-Tipp wieder. Ich möchte keinen anfurzen. Nee, nee, nee. Zumal anscheinend meine Furze eh nicht stark genug sind. Mein blaues Herzchen. Ach, ist das schön. So, okay. Ich hasse sowas. Ich kann es doch eh nicht machen mit dem Springen, oder? Dass ich da irgendwie rankomme. Wow. Wow. Ach, Mann. Sowas ist doch gemein. Jetzt fliegen können. Das wäre es. Ah. Den geheimen Raum sehe ich auch. Was sind das denn für welche? Die hatte ich bis jetzt noch gar nicht als Gegner. Ach so. Hubsa, nein. In diesem komischen Kampf-Ding jetzt möchte ich nicht. Hier ist ein geheimer Raum. Gut zu wissen. Oh, nein. Rollo-Loll-Bombes. Rollo-Loll-Bombes. Okay. Dann können wir in den nächsten großen Raum gehen. Wow, 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 wow. Was ist das? Wow. Scheiß blöde... Blöde, blöde Pilze. Jetzt nur noch du. Du bist nicht schwer. Du rennst mehr Eno hinterher. Oh, guck, das hat sich gereimt. Okay, wir können zum Boss Bitte, um Humana Hallo, nein Hallo mag ich nicht Hallo kann ich nicht ab Für Hallo bin ich immer zu Ich weiß nicht Oh, Gott sei Dank Endlich mal Leben höher Und dann, oh Gott Hallo ist immer so eine Sache bei mir Blöde Spinne Achso Wollte ich gerade auch angreifen So, hier haben wir Geld Wir können ja weiter Runter In die nächste Ebene Mal gucken Das ist so die Ebene Wo ich eigentlich immer scheitere Das ist gemein Ich hab nicht aufgepasst Wer ist schon mal erledigt Jetzt haben wir nur noch ihn als Problem Und nicht mehr Okay, gut Das war auch schön Hier ist nichts Oh, das ist ein gemeiner Raum Ich hab das beinahe nicht gesehen Diese Maden Sag ich Ja, das sind doch Maden Ah, diese Geräusche Genial Einfach nur genial Gut Dann Können wir in den nächsten Raum Oh Gott Das war so ein Oh mein Gott Wer greift mich hier alles an Und wie Auf welche Art und Weise Wo stehe ich sicher Und oh mein Gott Der springt Und nein So Splashdammit Dammert Tears up Und keine Ahnung Ich mag das mit dem Vergiften Das ist eigentlich immer recht stark Auch wenn es nicht lange hält Aber Es ist halt praktisch Es ist halt echt praktisch Okay Wow Ich schieße Gerade nur, oder? Hab ich das Gefühl Oh, ein Herzchen Oh, ist das schön Oh, ist das nicht schön Obwohl das geht Ein halbes Herzchen Ach, auch schön Ein ganzes, ein halbes Einfragen ist schön Oh Gott Warte mal Den hatte ich doch auch schon mal, oder? Doch, den hatte ich als Endgegner mal Upsa Einer getroffen worden Puh Aber ich greife gerade echt enorm schnell an Müsse ich ja mal sagen Was ist das eigentlich für ein komisches Feuer? Kann man das ausmachen? Ich weiß es nicht Das sieht nicht danach aus Das kann man doch bestimmt wegballern, oder? Die Schädel Und das kann ich auch noch wegmachen Ich hasse sowas Warte, warten, warten Oh Gott Oh Gott, dieses Okay Oh, nee Nee Einfach nie Ich hab gehofft, da wäre was Praktischeres Sinnvolleres Keine Ahnung Irgendwas halt, ne? Wow Noch ein blaues Herzchen mitnehmen Oh, warte mal Warte mal, warte mal Wow Das war nicht geplant Das wusste ich nicht mal, dass das geht Oh nein Immer wieder dieses Nein, lass das doch mal Ich hätte einfach zum Boss gehen sollen Definitiv Nein, er hat nicht mehr viel Leben Nein, ich hab ihn getroffen Und er mich auch Nein Okay Gut, dann sind wir in der nächsten Folge wieder, ne? Beinahe hätten wir es geschafft Ich hätte definitiv zum Boss gehen sollen Okay Bis dann, dann Tschüss Eure Tai